hallo leute und willkommen hier bei me apple cat was treibt den alten mann zu später stunde hinter die kamera ganz klar es gibt ein neues update ios 13.6 ist jetzt offiziell für alle erhältlich letzte woche habe ich euch ja bereits die gold master version gezeigt also für die entwickler das war quasi schon dieselbe die wir jetzt hier auch bekommen haben und ich sagte ja schon irgendwann nächste woche wird die aufschlagen und da haben wir sie ios 13.6 also ihr müsst jetzt nur folgendes tun in die einstellungen gehen unter allgemein software update und dann findet ihr dort ja ich habe es ja schon ich bin auf 13.6 dort findet ihr dann das entsprechende update und ja das schlägt mit gar nicht mal so viel megabyte auf 287,4 waren sie auf meinem iphone 10 kommend von ios 13.5.1 also der letzten offiziellen version ja und dann lesen hier mal durch was gibt es neues apple schreibt das natürlich hier in die änderungen rein und ganz am anfang steht der digitale autoschlüssel oder wie es auf englisch heißt apple car key und mit dem apple car key kann man dann in zukunft fahrzeuge aufschließen abschließen starten und das alles natürlich nur mit autos die auch damit kompatibel sind irgend so ein bmw ich habe immer wieder den namen vergessen der noch gar nicht erhältlich ist ist das erste fahrzeug der das ganze unterstützt das coole ist auch dass man dann per message auch digitale schlüssel an andere personen schicken kann die dann für gewisse zeit aktiv sind also man kann sagen für fünf stunden kannst du jetzt hier mein auto nutzen und solange ist der schlüssel den ich der schicke gültig und man kann das sogar nutzen habe ich jetzt eben gelesen wenn er die batterie vom iphone leer ist da ist immer noch so ein bisschen reststrom drin dass man trotzdem damit dann das auto aufsperren kann klingt mal interessant aber ja ausprobieren können wir das eben noch nicht und in der herz gibt jetzt die neue kategorie symptome wo man dann eben auch wenn man eine frau ist das zyklusprotokoll sehen kann oder die ekg protokolle und ja da kann man eben eine ganze menge festlegen wir schauen mal eben flott rein wo habe ich denn hier dort ist die herz ab und das jetzt muss ich mal ganz kurz schauen wo das ganze denn war war das hierbei entdecken genau und irgendwo da haben wir den punkt symptome wenn man da mal rein geht sieht man schon habe ich euch bereits gezeigt was man da alles nehmen kann von a bis akne bis v mit völle gefühl übelkeit stimmungsschwankungen schlafstörungen da ist alles mit dabei sogar die laufende nase haben wir drin und dort kann man jetzt eben erfassen ja wann man ein entsprechendes symptom hatte geht dann hier auf hinzufügen schreibt dann hin zum beispiel laufende nase ja hatte ich vorhanden mild mittel oder stark anfang ende hinzufügen abspeichern und so kann man eben seine symptome etwas ja ich sag mal im blick behalten bei gewissen erkrankungen kann das mit sicherheit ganz nützlich sein ermüdung hier da könnte ich dauerhaft irgendwie was sagen denn ich bin so aus von müde die letzte zeit schlimm 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 ich werde alt oder das ist das wetter oder sonst irgendwas keine ahnung egal also das wäre also einmal dort neu die symptome und ansonsten beschert apple uns hier noch einige fehlerbehebungen und bug fixes ja und allein die fehlerbehebungen ja das ist hier eine ganze seite also ziemlich viel ist da mit dabei und unter anderem haben wir zum beispiel dass apps beim synchronisieren von daten mit icloud drive möglicherweise nicht reagieren dass datenroaming bei der isim deaktiviert wird irgendwelche probleme mit telefonanrufen in kanada und den usa das haben wir wohl weniger dann sollen audio abbrüche mit wlan anrufen behoben worden sein ein problemchen mit hardware tastaturen von drittherstellern ein stabilitätsproblem beim zugriff auf das kontrollzentrum wenn assistive touch aktiviert ist ich habe das manchmal aktiviert aber habe das noch nie festgestellt und noch so ein paar andere kleinigkeiten also da wird eine ganze menge doch immer so im hintergrund noch ausgebügelt und eins gibt es auch noch neu wenn wir hier schon eben in den software updates drin waren dann gibt es jetzt hier auch die funktion bei automatischer updates anpassen dass ihr auswählen könnt dass ein update nur geladen wird dann hättet ihr nur dass ihr ios update laden aktiviert oder ihr könnt auch sagen nee es soll nach dem laden auch direkt installiert werden dann machte hier ios update installieren an also das kann man jetzt eben hier auch noch mal ein wenig ja genauer einstellen wie man dann gerne das verhalten hätte ob das update sofort drüber gebügelt wird oder erst wenn ihr sagt jetzt installieren ja und das sind die neuerungen die es hier so gibt ich wollte natürlich auch wissen wie ist denn die performance und habe hier den geekbench laufen lassen wir fangen mal an mit dem geekbench 4 und moment da muss ich hier die historie gehen cpu und da sieht man die ergebnisse von heute einmal von ios 13.6 und von 13.5.1 das hier war 13 5 1 also das letzte offizielle update davor mit 4.262 und 10.589 und hier haben wir jetzt 4.206 im single core und 10.593 im multi core ja und wenn wir uns das mal genau anschauen sehen wir im single haben wir ja gute 60 punkte verloren 58 54 punkt ach Gott ich bin müde ein bisschen was verloren und dem multi core da haben wir ja vier pünktchen zugelegt also summa summarum sagen wir mal ist gleich geblieben diese kleinen unterschiede die spürt man gar nicht aber es gibt ja noch den neueren geekbench der irgendwie anders misst und der geekbench 5 den habe ich auch laufen lassen und hier oben sehen wir die offiziellen ergebnisse hier unten dass es ios 13.5.1 mit 911 im single und 13.6 hat 937 im single also eine steigerung und 13 5 1 2456 im multi und 2570 hat 13.6 im multi core also auch dort eine steigerung also es geht bergauf auf jeden fall ja geht es nicht bergab sind aber kleine steigerungen die spürt man nicht wirklich das muss man dazu sagen sollte man wissen und ja was man auch noch wissen sollte mit 13.6 kam auch gleichzeitig ein update für die apple watch watch os 6.2.8 wurde hier schon geladen und hat hier schon bei mir rumgedrängelt dass es doch jetzt endlich bitte installiert werden möchte das bringt aber nicht so viel eine unterstützung für digitale autoschlüssel für die apple watch serie 5 also ihr könnt dann apple car key auch auf eurer apple watch serie 5 benutzen und dann das ist schon cool mit der uhr dann das auto aufsperren wenn es denn gehen würde und wenn es schon auto geben würde und die ekg app für die apple watch serie 4 oder neuer gibt es jetzt auch in bahrain brasilien südafrika ja sehr schön und mitteilungen über unregelmäßigen herzrhythmus jetzt in bahrain brasilien und südafrika verfügbar also für uns ja ich sag mal eher uninteressant keine neuen features nichts was jetzt das herz höher schlagen lassen würde aber man kann ja trotzdem mal installieren ja und das wäre es gewesen die kurze info von mir macht das update ios 13.6 jetzt erhältlich für alle gerätschaften ich bedanke mich fürs zusehen freunde und sage tschüss bis zum nächsten mal macht's gut bis zum nächsten mal